Moin Leute, Trimax hier. Heute startet Season 1 in Vanguard und damit gibt es in Warzone auch die neue Map. Warzone Pacific. Caldera heißt die Map, glaube ich. Wir werden jetzt gleich zusammen zocken mit Reapers und Hanky und noch mehr. Ihr habt es euch lange wieder gewünscht, Warzone. Hoffentlich sind jetzt mit dieser neuen Season, mit dieser neuen Map, mit all den Neuerungen, viele neue Spieler wieder dazugekommen. Das klappt ja eigentlich immer ganz gut. Es ist nicht nur Warzone neu, sondern es gibt auch vier neue Waffen, drei neue Perks, fünf neue Multiplayer-Maps in Vanguard. Zombie, Map-Updates, Perk-Updates, neue Waffen und, und, und. Und wie wir uns das mal anschauen. Ich habe noch keine Runde gezockt, Creepers auch noch nicht. Ich gucke mir ganz flott den Battle Pass. Aber ich habe auch noch hier einen Crater-Code. Das glaube ich muss alles groß geschrieben sein, ne? Ist das immer noch so? Scheiben wir nicht, dass ich das Schützer hinzufügen. Bam. Ultra, geil. Bei jeder, der das macht, dickes Fett ist Danke. Ajo, ich habe den Battle Pass Token. Chillig. Double XP auch wichtig. Die Waffen sind ja immer Free-to-Play erspielbar. Test, Test. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hey, was geht? Vanguard-Royal-Vierer. Wie groß ist die Map ungefähr? Verglichen mit Rebirth Island? Rebirth ist die kleinste. Du meinst Verdansk? Großer. Vanguard-Royal ist größer als Verdansk. Vanguard-Map ist größer als Verdansk. Was? Als das so eine Insel war, dachte ich, die ist kleiner. Reapers sind nur Level 10, Trinch. Hä? Ich bin Level 11. Ich bin Level 11. Wir spawnen jetzt am Anfang so Geldlieferungen, wo man richtig viel Geld rausbekommt. Da sind insgesamt 15.000 drin, aber du kannst hier keinen Loadout ziehen, bis das erste Loadout automatisch kommt. Das heißt, wir können uns halt Drohnen ziehen und sowas. Okay. Du wirst ja erst mal ein bisschen safe, ne? Was ist das? Hilfe! Hilfe! Was soll ich machen? Was ist das für eine Waffe? Ich habe eine Mark noch mit dem Gulag. Nein. Hipplauf. Ich hatte gerade eine Waffe. Das hat so gewackelt. Ich konnte nichts mehr sehen. Automatisch bis dort. Marks, let's go. Oh. Ey, nimmt sie mich auf. Er hat sie mich aufgenommen. Ich habe alles getan. Er hat sie nicht wirklich. Ich schwöre. Ach ja, ne. Oh. Upsala. Okay, markt mir einen Spot, wo ich landen soll. Brau'n es einfach. Hier. Fertig. Ich fisch ihn einfach aus der Luft. Auf der anderen Seite, ne? Hier war noch einer. Oh Mann, ich habe... Ne, alles gut. Ganzes Team bei mir. Ganzes Team bei mir. Ich habe einen. Ich habe auch seine Runden. Ich glaube, ich ausruhen. Sein Mate ist knocked. Ich habe einen genockt von denen. Der liegt hier direkt hinter den Runden. Ich habe noch einen. Ich habe zwei. Ich schaffst das, Max. Ich habe schon zwei. Was hat er für eine KD? Das ist ja. Wieso? Ich glaube, die haben alle eine 5- oder 6er KD. Ne, auf dem Dach sind nur welche. Er hat tatsächlich genau ein HP gehabt. Perfekt. Ein HP? Er hatte ein HP. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist eine Sniper. Oh Gott. Ich bin am Dach am Kämpfen. Da ist einer. Chef Strohbe sagt, learn to play. Hier ist immer noch einer. Ich bin immer noch im Kampf. Ich bin seit drei Minuten im Kampf. Ich weiß nicht, wie jemand hochkommt. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin gleich da, Mann. Jetzt sind es zwei. Jetzt sind es zwei. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Gleich da, gleich da. Mark, wo bist du? Wie bist du da rausgekommen? Die sind vor mir. Die sind vor mir. 2 Stück mindestens. Das sind die, die mich getötet hatten. Korrekt. Ich komme nicht hoch. Ich weiß nicht, wie es hochgeht. Ich habe einen. KO. Pushe den jetzt. Ich habe zwei geholt. Du hast einen geholt. Das eine müsste jetzt eigentlich noch irgendwo sein. Let's go. Das war insane. Ich weiß gar nicht, was ich suche. Ich habe zwei gute Waffen. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, man weiß gar nicht, was man macht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl. MG42, das nehme ich jetzt. Was mache ich hier eigentlich? Locker sind MGs neben Game Strong. Brune kostet einfach 6K jetzt. Holy shit. Hier, hier, hier. Über dir. Live ping, live ping. Bis ich oben bin, ne? Äh, du kommst da. Also, wow. Diese Einzelschusswaffe. Ich bin da. So beschissen. Wo ist die Action? Wo ist die Action? Perfekt. So oft getroffen. Ich fand meine auch gerade mega bad. Die war so scheiße. Ich habe hier einen MG, weil ich schieße mal ganz kurz. Ey, gut, aber wenn du da mit allem drauf bist, Digga, dann... Das ist so random. Ich schieße einfach in den Himmel instant. Man sieht nichts. Es wackelt einfach. Geile Waffe, ey. Du spars. Das ist gut. Also, das ist der heftigste Recoil, den ich in Call of Duty je hatte. Egal. Ich werde ich damit in Kilmaris mit sich. Ja, 24 Stunden Early Access. Also, als ob da jetzt einfach ein übelstern Mubi alleine rumläuft. Schön wär's. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich hier der Schlechteste in der Lobby bin. Das kann ich mir auch vorstellen, Max. Reboost ist einfach Level 10 und Level 11. Jede Runde ist ein Event mehr oder weniger. Max würde ich schon... Ah, der Shop ist hier, okay. Ich habe immer Riesenprobleme mit Pings und Minimap und sowas. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade 30 Sekunden an den Shop gesucht. Ich habe einen Präzisionsluftschlag. Ping mal, wo sie sind. Ich hau sonst einen Prezi drauf, einfach mal. Hier. Lieber am Tunnel. Ich komme hier nicht richtig hoch. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich komme hier nicht hoch. Ich muss durch den Tunnel laufen, sonst sterbe ich. Ah, ich werde genockt. Jetzt am Ende des Tunnels. Ich habe einen Schildcrack. Ich habe oben nur einen Nockt. Nur einen Nockt, ne? Die müssen alle jetzt wieder moven, ne? Ja, ja, ja. Habt ihr nur eine Drohne? Nee. Ich gebe dir mal einen Luftschlag. Noch eine rechts von mir? Oh my God. Ich haue einen Luftschlag dahin. Oh, ist das deiner? Ich habe einen, ich habe einen. Ich habe einen getötetet. Du hast ihn gefinished. Du hast ihn gefinished. Du hast ihn gefinished. Ja, Mann. Nee, das steigen wir so, dass ich okay gemacht habe. Hanky, panky. Super. Ich habe Spaß. Okay, wir sind überzahlt. Let's go. Wir müssen pushen. Die linken, oder was? Links habe ich einen Nockt. Über dem Haus, über dem Shop. Da links ist einer. Oh, oh, oh. Hab ihn gemarkt. Hab ihn live, Mark ist drauf. Ja. Hab keinen Shieldcrack komplett. Hab ihn Nockt. Oh my God. Sauber. Du bist auf dem Kopf und der Schuss ist instant drin. Am Arsch, wirklich? Voll praktisch, mit dir zu zocken. Ich hole dich, hole dich, hole dich, hole dich. Hab dich. Down, down, down. Steppt durch Zone, wahrscheinlich. Ach, 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 ach. Jetzt müssen wir immer schneller als die Zone sein. Nein, Reaps. Hast du keine Maske? Oh, wieso hast du keine? Ich hole Reapers zurück. In diesen Graben. Stealth kann ich mir holen. Ach, das ist aber neu. Ey, oh. Wo? Im Shop. Links im Shop. Neben dem. Im Shop. Also links neben dem Berg runter, sozusagen. Ah, das ist ärgerlich. Oh, ich bin wieder drin. Dann lande ich bei der Ausrüstung. Wie weit sie landen. Hä, ist Max nicht beim Shop vorhin irgendwo gestorben? Ja, den Loot habe ich. Dadurch konnte ich Wähler Max beleben. Alles gut. Ich wusste nicht, dass ich nicht genug habe. Wähler ist halt da hinten gestorben. Und wo die hat es halt Cash gehabt. Weiß nicht, ob das war. Nee, da waren, da waren vier Leute. Also die Waffe war ja mal. Ich habe hier nur auf 50% Leben runtergeballert. Ist hier auf den Stein gestorben. Hanky spielt gut, der macht das. Wenn du die Runde gewinnst, Hanky, kriegst du 100 Euro von mir. 100 Euro. Warte, warte, warte. Wie cool, die Location. Einmal hohe, bitte. Das ist hohe, bitte. Unter den letzten 10. Gut gemacht. Boah, Hanky ist cool. 10 Kontakt. Ich bin halt gegen ein Full-Team. Alter, Hanky, du bist so ein Sweater, Hanky. Du bist so ein Sweater. Ich habe den Finish nicht rausbekommen. Alter, Hanky, Panky. Äh, rausgefallen, hier. Rausgefallen. Ich hole unbedingt eine Waffe, sauber. Ja, Mine. Markier die Mine, wir gehen da hin. Wieso wackelt das denn so krass? MG42 ist heftig. MG42 ist es. Ein feiniges Team macht Jagd auf dich. Hanky, was machst du? Die noch unter mir? Die jagt werden? Zweimal shot es, Shieldcrack. Der mag. Der mag Shieldcrack. Drehst du auf mich? Ich hole eine Drohne und zieh durch. Pass auf, die waren da zu dritten. Ja, die sind doch direkt auf der Drohne vor uns. Einer noch, hier oben. Einer Shieldcrack aus der Hölle. Das ist die erste Waffe random. Kleine Bauch. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll gerade. Hier ist die Kampfdente Max. Oh, hinter mir. Ah. Bin tot? Was? Dieser hässliche. Wie schnell ist man denn tot? Der ist reingelaufen. Ich versuche Max zu resen. Wie, findest du meine Spritzer? Geil, danke, Mann. Neue Sicherheitszone. Okay. Hier vorne, hier vorne. Der Finish. Oh, Stabling. Rest, 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 rest. Rest, 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 rest. Rest, rest, rest. Jungs, warum lassen die mich den nicht Finisher geben? Möchte jemand fliegen? Ich stelle mich mit der Snipern hier rauf. Ich stelle mich mit der Snipern rauf. Kann ich mich auch noch draufstellen? Hey, möchtet ihr mich auch draufstellen? Dann lass mal alle zusammen draufstellen. Ja, ja, ja. Aber ich weiß ja, aber ich... Ne, ich glaube, ihr fliegt runter, glaube ich. Ne, es geht. Let's go. Aber ich glaube, wie ist das mit Kurven? Ja, mach mal nicht so kurvig. Es geht nicht. Ich kann nicht lenken sonst. Ne, nein, 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 nein. Ich fahr runter. Ich fahr wirklich runter. Ich fahr nicht so ganz kurvig. Nein. Ich muss halt in die Richtung fliegen. Was wollt ihr? Max ist noch drauf. Ist gut. Ja, hier machen wir. Ich bin runter, ich bin runter. Max, steig ein. Du kannst jetzt einsteigen. Ich habe Angst, dass du abstürzt. Du kannst einsteigen. Wo gehen wir hin? Ja, dann habe ich noch mehr Angst. Achso. Ich wollte mir hier den Berg mal angucken. Hast du schießen, Max? Ich hole mir mal so eine Vorratsvorgung. Rausgeflogen. Alter, ist das krass. Guckt euch mal den Berg hier oben an. Also vom Aussehen ist die Map 1000 Mal geiler. Ich finde die einfach richtig geil. Okay, Max, weiter geht's. Weiter geht's. Coach, coach, coach. Hey, bei mir sind hier Gegner. Wir brauchen Win. Ich bekomme die Gegnerzahl für euch. Schussverkauf. Achso. Ich hole mich. Bringt euch da. Ich hole euch. Ich hole euch. Ah, braucht Deckung. Deckung. Ach du Scheiße, was ist hier passiert. Du kannst Hanky auch gleich kaufen. Ja, 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 direkt kaufen. Alles kaufen. Die töten mich vorher. Die töten mich vorher. Nein, nein, nein. Ich schiebe es auf. Sag, wenn du ready bist. Sag, wenn du ready bist. Yeah, yeah, geht, geht, geht. Ich bin Gulasch. Ich bin Gulasch. Ah, ich schießen. Du schaffst das. Hanky. Ah, bitte helf mir. Ich bin in der Schuhe. Tot. Aber drück dich raus. Drück dich raus. Ich kann nicht gleich rechnen. Safe Riss, Safe Riss. Ich habe Safe Riss. Aber die töten dich doch in Zen, Max. Und jetzt kostest du gerade noch nichts. Ach, die sind halt. Das sind die. Tot. Tot, tot, tot. Nein, das ist doch cooler. Alter, ich habe euch gecarried. Ich war Last Man Standing. Ich habe euch alle wiedergeholt. Das war wirklich lustig. Krass, danke, Mann. Was? Meine RZG war irgendwie scheiße. Ach, er camped im Spawn. Der Arme. Warte, ich hab's jetzt. No fair enough. So schwach. Der Arme. Was macht denn der da? Okay, wir sind wieder drin. Ausrüstungs-Drop landig, ne? Ist der safe? Ja. Wir sind Gegner bei mir. Okay, ich lebe. Ich bin wieder da. Mich kriegt man so schnell nicht down. Marc. Ey, meine Waffen. Da ist er. Nach Full Team. Nach. Wir sind starting. Wir sind starting. Einer shield crack. Kein Schuss mehr. Max. Willst du mich hier hinten gerett, schnell? Ich kann euch das noch kaufen, ne? Keine Platten. No pluses at all. Fun, fun, fun. Das muss uns alle. Was passiert hier? Nenki, so wollte ich das nicht hier alles. Das ist alles scheiße. Ich auch, das ist nicht. Können wir hinten die Gelddings machen? Dann könnten wir Loaded kaufen. Ist bei dir sicher, Wähler? Kann ich bei dir landen? Hier eine Platte. Du kriegst mal eine einzige. Gerade noch ist sicher. So süß. Ich hab meinen eigenen Schatten gemarkt. Ich hab einen gestunt. Ich find's was so ätzend. Da ist einer. Der kommt zu dir. Der ist bei dir drin. Pass auf. Ich wünschte, es gäbe Solos. Nice, Wähler. Let's go. Aber Drohung auf den, ne? Vorsicht. Gut gecallt, ne? Ich hab einen. Ich bin stunned. Ich werd gefinisht. Hilfe. Hilfe. Ich bin so schlecht. Ich hab ihn. Zwei noch. Zwei noch. Fuck off, Mom. Fuck off, Mom, hat er gesagt. Hol Henki, hol Henki, hol Henki. Wichtig, wichtig, wichtig. Hol Henki. Ich hab ein Kadister in der Hand. Nein, mach den weg. Der ist kacke. Nein. Oh mein Gott. Ich hab keine Sturmgewehr, Muni, Mann. Vor mir. Die sind vor mir. In die Richtung, wo ich gucke. Er ist tot. Er ist tot. Hä? Da ist noch mehr. Ja, knock, knock, knock. Da hinten. Hab ihn gesnaped. Er hat selbst da hinten. Gib mir doch eine Waffe hier. Hat ein Hitmarker? Hier. Hilfe, wird angeschossen. Hinter mir. Zone. Das ist noch nicht ein Ende. Schon ein Ghost, ne? Du müsst halt jetzt reinnehmen, das ist gut. Einer knock, einer knock. Noch ein Team hier. Team bei mir, Hilfe. Ich stand hier rein. Hilfe bei mir, ich werde beschossen. Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott. Im Haus, im Haus. Ich stand aus. Schick weg, knock. Ich lebe immer noch. Er auch, er auch. Er auch, Sand. Ich bin 1 AP. Die pushen mich. Drinnen, drinnen, drinnen im Haus, drinnen im Haus. Slow. Slow. Hier, Kontakt. Ja. Ja, es sind 50 Leute, es sind 2 noch. Wo kommen die denn alle her, Mann? Es sind 3 Leute noch, Alter. Das waren viel sogar insgesamt. Boah, Junge. Die kriegen sich alle noch gerast. Was? Als ob. Mh. Als sie sterben. Safe, oder? Das ist viel zu viel. Kackt. Ich bin der erste, der abgeschossen wurde. Ey, Digga, heute sind nur Vanguard-Zucht, die sind am Start. Morgen ist das Free-to-Play. Da kommen einfach 2 Millionen Noobs rein und die wirst du so slayen. Du machst einfach eine 40-Kill-Runde mit der K. Also das ist alles, finde ich, extrem geil gelungen. Heute konnten nur Leute zocken, die das Vanguard, das Spiel haben. Und das war natürlich, die die Waffen hoch haben, kratzt das Level haben, die viel gezockt haben, die Sweater, die das ganze Jahr komplett viel spielen. Morgen wird das komplett Free-to-Play. Also am 9.12. Wenn ihr es auf YouTube seht, ist es schon komplett free. Könnt ihr euch sehr gerne runterladen, zocken. Das ist eines der geilsten Battle Royals. Ich finde es gerade, dass die neuen Waffen mehr Recoil haben, dass sie schlechter sind, dass man nicht so schnell stirbt, finde ich ganz geil. Da wird das Ganze ein bisschen taktischer. Also ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Meinungen sehr gerne in die Kommentare. Ich habe gerade schon gezockt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.